Was ich will, ist, dass die Stadt Friesheim aufhört und zu ignorieren, sondern endlich mal beachtet, wie es uns hier wirklich geht und dass dagegen was gemacht wird. Egal was gemacht wird, es soll was gemacht werden. Wie lange wohnst du jetzt schon hier? Seit vier Monaten. Wie viel Quadratmeter hast du zur Verfügung? Normalerweise 8,26, aber da wir das Zimmer doppelt belegt haben, steht mir nur die Hälfte zu. Und wie würdest du dein Zuhause im Moment beschreiben? Als Asozial. Ein Hund im Tierheim steht mehr Quadratmeter zu als mir hier. Und ich weiß nicht, seit wann Tiere mehr wert sind als ein Mensch. Aber so wird man hier behandelt. Fühlt man sich da einfach ausgegrenzt? Bürger zweiter Klasse? Zweiter Klasse ist noch hochgehoben. Also ich würde eher sagen, dritter, vierter Klasse. Dankeschön. Schüsse du nachfehlstattstelle Klasse. Bis zum nächsten Mal. 奇 AGB-Gerorts. Tschüss. нев panisch. Musik. Musik.